Aufgrund der englischen Wochen ist natürlich, das merkt man dann schon, ab der 60. und 70. Minute, dass die Beine schwer werden. Trotzdem haben wir heute eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und waren uns auch für keinen Weg zu schade. Das hat man, denke ich, mal gesehen. Eigentlich so gut wie gar keine Torchancen zugelassen. Klar, in der Nachspielzeit wird es dann ein bisschen hektisch. Das ist ja immer so. Die ist natürlich heute auch noch extrem lange ausgefallen. Da kommen sie dann schon noch ein paar Mal in 16er. Aber da haben wir natürlich hinten dann auch noch Qualität, um solche Tore zu verhindern. Und deswegen haben wir, denke ich, heute verdient gewonnen. Wir erarbeiten uns insgesamt die Siege im Moment mit einer großen Bereitschaft. Der eine ist für den anderen da. Das sind immer so Floskeln. Aber ich glaube, bei uns sieht man das im Moment. Egal, wer reinkommt. Auch letzte Woche, wo dann verschiedene Spieler reingekommen sind, die sofort da sind. Ich glaube, wir haben ein gutes Teamgefüge im Moment. Das macht uns stark. Das klingt nach außen sehr, sehr doof. Deswegen möchte man es eigentlich auch gar nicht so sagen. Aber im Moment ist es wirklich so. Der Kreis nach dem Spiel bildet sich von ganz alleine. Da braucht man gar nicht irgendwas ansprechen. Und ja, was natürlich wichtig ist, dass wir das auch beibehalten, wenn es mal nicht so gut läuft.